Sturmtief Burglind Orkanböen behindern Verkehrsstand, 3.1.2018, 9.21 Uhr Seitenanfang. Burglind, der erste Sturm des neuen Jahres, sorgt mit stark Regen- und orkanartigen Böen für Verkehrsprobleme. In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es Behinderungen wegen umgestürzter Bäume, Straßen stehen unter Wasser. Für weite Teile Deutschlands gilt eine Unwetterwarnung. Orkanartige Böen von Nordrhein-Westfalen bis Bayern, das Tief Burglind bringt den ersten Sturm des neuen Jahres und sorgt im Westen Deutschlands bereits für Verkehrsprobleme. Heftige Orkanböen mit teilweise mehr als 120 Kilometern pro Stunde haben in Nordrhein-Westfalen teilweise den Verkehr lahmgelegt. Weil Bäume auf Gleise und in Oberleitungen stürzten, kam es im Bahnverkehr zu Ausfällen und langen Verspätungen. In Köln fuhren wegen beschädigter Stromleitungen nur wenige Straßenbahnen. Feuerwehr und Polizei waren im Dauereinsatz. Im südlichen Münsterland prallte ein Regionalzug auf einen umgestürzten Baum und entgleiste. Verletzt wurde dabei niemand. Auch auf der Autobahn 59 bei Duisburg zürzte ein Baum auf einen Teil der Fahrbahn. Auf die A44 zwischen Jülich und Aldenhofen wehte nach WDR Angaben, ein vom Sturm losgerissener Hochsitz. Mehr zum Thema Orkanböen in NRW, WDR Orkan Tief, Burglind, Behindertverkehr, SWR Unwetter, im Saarland, Flusspegel, Steigen, SR Sturm im Bayerischen Wald. Morgenlage ist noch ruhig, BR Sturm, bremst Verkehr aus viele ungestürzte Bäume, HR der erste Sturm des Jahres, tobt sich aus NDR. Als erstes hatte Sturm Tief Burglind am Morgen den Südwesten Nordrhein-Westfalens getroffen. Rund um Aachen, war der Bahnverkehr besonders stark beeinträchtigt. Einige Regionalbahnen auf der Pendlerstrecke zwischen Aachen und Herzogenrad, fielen wegen eines Baums im Gleisbett aus. Die Regionallinie zwischen Aachen und Düsseldorf muss stehe in beide Richtungen umgeleitet werden. Auch auf der stark befahrenen Strecke von Aachen nach Köln gab es massive Einschränkungen. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es Behinderungen wegen umgestürzter Bäume, vor allem in Eifel und Hunsrück. Alle Einsatzstellen seien am Rotieren, sagte eine Polizeisprecherin. Einen Überblick über das Ausmaß der Schäden gibt es bislang nicht. Ich glaube, wir werden diese Bäume heute nicht mehr zählen können. Straßen unter Wasser Laut Polizei standen in Essen und Mülheim Straßen unter Wasser. Auch in Wesel blockierten umgestürzte Bäume einige Straßen. Unwetterwarnung für den Westen der Deutsche Wetterdienst DWD warnt von NRW über das Saarland und Rheinland-Pfalz bis Bayern seit den Morgenstunden vor umherfliegenden Gegenständen und umstürzenden Bäumen. Für die gesamte Region gilt eine Unwetterwarnung. Man sollte Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten, rät der DWD. Die Böden sind durch den Regen der vergangenen Tage durchnässtallt, Bäume kippen leichter um, sagte der DWD-Meteorologe Robert Hausen. Vor allem in Wäldern, solle man sich heute lieber nicht aufhalten. Fahrplaninformationen der Deutschen Bahn Die Deutsche Bahn informiert über Fahrplanänderungen aufgrund des Stromtiefs Burg Lind. Mehr Unwetter in Deutschland Aktuelle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes bei Tagesschau.de Mehr Kaltfront zieht vom Westen über Deutschland Grund für das Unwetter ist eine Kaltfront, die mit heftigem Wind, kräftigem Regen und möglichen kurzen Gewittern vom Westen aus über Deutschland zieht.